Hallo Leute und Willkommen zu einer neuen Runde Minecraft 2 games auf unserem kann ich habe die Aufnahme gerade gestoppt, aber jetzt bin ich wieder da. Flo, das ist egal. Lass das erklären, äh, zählen. Nein, Flo, Flo, äh, direkt hinter dir lang, direkt hinter Flo. Direkt hinter Flo. Thorben, ich sehe noch gar nichts, Moment, wo ist Flo? Rechts, so, Thorben, ja, Thorben, ja, die links im Boden, du die rechts und Flo in der Mitte. Gut. Steinschwert, ein Diamant. Okay, kommt, kommt, kommt. Ich hatte die Kiste schön geschildet für mich. Ich hab nix, gar nix bekommen. Es ist egal, hauptsache, wir haben. Hauptsache, wir haben, what the fuck. Na, so ein richtiges Kommentar, als man vom Zobier erwartet. Ja, aber ist ja so, hauptsache, dass wir, also dass irgendjemand was hat, ne? Besonders, ja. Oh Gott, wer hat mich da denn gebußet, das war aber geil. Mit ner Angel. Okay, den kill ich. Ich kill mal den. Aha, den kann ich nicht killen, Moment. Nein, der bußt mich immer weg. Okay, jetzt komm ich von unten, wie so ein richtiger... Scheiß, ich backe in der Seerose. Flo, helfen wir nochmal. Der ist direkt neben dir. Ja, geht doch. Oh, komm, lass ihn doch. Ich will ihn aber töten, der richtet mich auf. Wir müssen Kisten sammeln. Ja, aber. Der hat schon ne Eisenachst, kommt. Kommt, komm, ich weg die. Das ist ein Steinschwert. Eben. Ja, kommt, wo seid ihr? Das haben wir zweimal. Ich bin hinter dir. Ja, ich komm gleich nicht auf den scheiß Steg drauf, so. Hab ihn. Ey. Ey, Tobi, warte, hinter euch ist der mit der Angel. Den können wir uns doch jetzt eben holen. Nein, lassen wir ihn, komm. Nein, ich will ihn gerne haben. Tobi, super. So, was? Tobi, Schur? Ja, gerne. Torben, da, hinter uns, hinter uns. Hinter uns, den. Ja, die haben wir. Eidekirchen. Der eine hat einen Bogen. Äh, Tobi, direkt in die war ein Auber. Oh, das ist Torben. Alter, Torben, du hast dich mitten in mich gewonnen, sodass ich... Ja, ich wollte ein Kinder haben. Äh, ja, ich hab... Äh, ja, ich hab... Äh, ja, ich hab... Ja, ich geh schon mal in diese Grotte, oder was? Äh, hat mehr Pfeile. Ich hab einen Bogen. Nee, nee. Ich hab auch einen Bogen. Ich hab aber nix. Keine Pfeile. Ich hab ein Holzschwert. Brauch irgendwer noch ein Schwert? Nee, ne? Doch, drei Pfeile jetzt. Ey, weißt du, worauf ich Bock hab? Ich hab Bock, einmal kurz einen Fisch zu angeln. Ah, stimmt. Das muss jeder einmal von uns machen. Come on, come on. Mach das, Torben, einfach mal. Ja, ich mein, dann kriegen wir dann noch was... Äh, Flo, ich hab Eisen oder Kettenbrust für dich. Kannst du dir aussuchen. Fisch, bitte! Beiß jetzt an, komm! Gib mir Kette. Ja, da ist einer! Der ist nicht gekommen. Hier, Torben. Next door. Für dich, hinter dir. Danke. Flo, wo bist du? In der Kotte. Ja, ich... Hallo, ich bin da auch. Wo bist du? Ich bin am Eingang, ne? Ich hab grad noch alle Kisten gelotet. Ich bin am Eingang, ihr kommt vielleicht zurück, ne? Komm her. Hier. Äh, äh, hat... Ich hab drei Pfeiler. Ja, gibt Torben. Ja, Torben, du sollst mir nicht immer deinen scheiß Müll zuwerfen. Hast du Angler? Komm. Ich hab' einen Fisch geangelt, aber ich krieg... Weil ich wahrscheinlich, weil ich einen Lachs geangelt hab, ne? Das ist so ein Hurending. Ey, du hast meine Angeln. Hast du noch eine Flo? Ich weiß grad nicht, Moment. Okay, Leute, das auch eine spannende Runde, ne? Oh Gott. So. Ja, egal. Komm, Fischi, Fischi. Fischi. An welcher Angel ist schöner? Und jetzt wird... Nö, du hast es aufgesammelt. Ja. Wart. Ey, komm, 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 komm. Ja, komm, lass gehen. Ich will doch, du gerne. Torben, komm mit oder stirb. Hab ich mir auch so gedacht. Ey, wie jetzt nur noch 21 leben von 64 am Anfang. Richtig krass, wie schnell alle draufgehen. Fischi. Ja, gut, wenn du am Anfang halt gar nicht hast, wenn du nichts bekommt und kein Team bist, dann hast du die Arschkarte. Okay, wo seid denn ihr? Hallo? Es kommt kein Fischi. Ich komm zu dir. Ja, okay, komm, wir laufen ohne Traum. Ich bin doch auch da, direkt hinter Flo. Oh. Oh, hier im Abgrund. Äh, Tobi nach unten. Zu den Häusern. Nach hinten. Ich hör hier bei einer Runde gefangen. Äh, Tobi, hier in den Häusern noch gucken, noch Küsten. Ja, bin ich doch. Oh, High Flo. Ich geh mal hier. Alter, wer hat wen geschlagen? Hat das einer von euch? Habt ihr das? Äh, was ist einer in dem Grund? Ich hab'n Bogen. Ja, haben wir schon lange. Hat wer zwei Eisen oder so? Ich hab' drei Pfeiler, ne? Ach so, ja, gib die Torben. Ich hab' zehn Pfeiler. Ach so, Tom. Da ist noch ne Kiste. Ja, uns beobachtet schon wieder einer. Äh, Eisenhelm, nochmal und zwei Reck-Trend. Oh, Eisenhelm kann ich dir gebrauchen. Ich hab' nur Leder. Ich hab' gar keinen Helm. Ja, dann, äh, ne, ich geb Torben. Der hat noch nicht mal Schuhe. Doch, ich kann dir Leder-Schuhe geben. Ich schreibe die ganze Zeit. Oh, du hast bessere Sachen. Na und? Äh, hallo, kann mir irgendwer antworten? Jetzt hab' ich mich gerade dick ausgerüstet. Wo seid ihr? Was weiß ich. Kommt ihr ins große Haus? Ins große, dicke Haus. Wo seid ihr? Ich bin vor dem Haus, beim Brunnen. Ja, ich seh' dich, bleib stehen. Ich bin direkt unter Torben. Ja, okay, habt ihr noch Sachen für mich? Guckt euch meine Rüstung an. Hier, Torben. Oder für Flo. Nee, ich hab' nix. Was hat er dir gegeben? Äh, dir, einen Bogen. Gib mir. Du hast den. Ach, ich hab' den. Oh. Äh, braucht wer noch ne Angel? Nee. Äh, ja, ich hab' ich benutzt die sowieso nie. Ja, ich geb' dir trotzdem. Nein. Ich versteh' dich nicht. Ein Lachs kommt so und so selten und dann kommt du, weil mein Lachs, ich versteh' dich nicht. Sollen wir mal hier überprüfen? Ich hab' den Basketballkorb zwei, ich weiß nicht, ich glaub' hier im Kino sind und da ist doch jemand. Wo? Süß wenig? Wo? Bist du so dumm? Oh Gott, eine Di-Axt! Scheiß drauf. Ja, ich weiß, ich mach' den, ich mach' den. Gekomboot. Aber meine Sachen? Nee, meine. Die Axt. Guck mal, hier. Ja, Tobi, ich hab' die Di-Axt, das ist das Wichtigste. Ich hab' ein Steinschwert, falls irgendwer brauch. Nee, ich hab' Eisen. Hatte wer einen Eisenhelm? Torben, hast du noch einen Eisenhelm? Brauch' jemand ne Eisenhose. Ich brauch' Eisenhelm nur. Ich brauch' Eisenhelm, hab' ich nicht. Eisenhose, ich. Hä, hab' ich den nicht Eisenschuhl hingeworfen, Torben? Nee. Ey, brauch' jemand nen Crafting Table, weil hier ist einer. Eisenhose. Äh, stimmt, hat wer drei Weizen? Nee. Oh. Ich hab' Goldapfel. Dumm, 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 dumm. Flo, wo bist du? Im Kino. Ich hab' 44 Pfeiler. Lol, kannst du mir welche geben? Ich hab' keiner. Ja, dann, Flo, komm! Geh' einfach weiter, ich sag' hier, du kriegst ne Dings zur Rüstung. Kannst du mir auch irgendwie noch 5 Pfeile geben oder so? Dann hab' ich 8. Ich hab' jetzt nur Müll zu, was machst du denn? Tobi, nicht zu viel mir geben, weißt du? So, kommt ihr? Äh, da liegt ein Feuerzeug, falls einer das fragt. Ja, ich. Damit kannst du Sachen nur verbrennen. Ja, und umgehen. Du kannst damit richtig gut umgehen. Ich kann damit einigermaßen umgehen. Äh, kann ich verbrennen? Hallo. Oh, ja. Ich fühl mich so alleine. Ähm, hat jemand ein paar Pfeile für mich so irgendwie? Ich fühl mich nicht alleine. Ich hab' nur 7. Tobi war so geizig und gab mir nur 7 Pfeile. Ich hab ne Kippenbrust. Tobi, kannst du mir 3 Pfeile oder so geben, dann hab' ich wenig für 6. Ja, natürlich kann ich dir. Dann kann ich einen Spieler damit töten. Kommt zu mir. Kommt zu mir und da ist ein Kuchen. Ja. Wo? Da. Hinten. Aber ist egal. Okay, ich bin im Wasser und komm' nicht hoch. Ach, da. Ich hab' dir mal 6 Pfeile. Nein, wir gehen nicht zum Kuchen. Doch, ich geh. Da ist einer, da ist einer. Bei mir hier in der Nähe. Ja. Tom, hast du die Pfeile aufgesammelt? Ja. Leute, kommt! Ja. Wir sind im Wasser. Kill den. Weh, du stirbst. Der läuft von mir weg. Wir nehmen weiter auf. Ach so, okay. Leute, kommt. Ja, ist doch klar. Mach' ihn tot! Nein! Du hast ihn... Lol, er hat Stammbild. Ja. Mein Kill, bitte, bitte! Nein! Nein, Tobi, meine Idee! Ja! Nein! Ha! Alter, ich war's nicht. Das war Flo. Master Shot! Sorry. Ja, die Sachen brauch' ich nicht. Ich hab' bessere. Äh... Hat jemand noch bessere als Gold? Flo, ich hab' Eisenhose hier, hier. Ich hab' ein Eisen. Wer hat noch'n Eisen? Ne, ich hab'n dir. Super. Hier, sammelt auf. Flo, hier ist Eisenhose, alles. Hab' ich. Ach so, ja, dann verbrenn's. Warte. Äh, Schuhe hat keiner bessere als Gold, ne? Für dich nicht. Ich hab' eben Kettenschuhe verbrannt. Ich hab' dich aber auch... Warum hab' ich mir die nicht angezogen? Bin ich hier los? Hä? Hab' ich... Weißt du, Thor, man? Keine Kette. Ich hab' eben zehn Kettenschuhe verbrannt. Hä, was ist in meinem Kopf vorgegangen? Ihr werdet euch jetzt schon denken, so... Alter, ist der dumm. Äh, lasst uns... Äh, lasst uns spawnen gehen. Es wird langsam dunkel. Äh, wo seid ihr denn? Ach da, ich seh' euch. Moment, hier ist ne Kiste. Was ist in meinem Kopf vorgegangen? Ich versteh' meinen Kopf manchmal nicht. Ich versteh's flux. Ey, stopp, bleib einmal kurz stehen, bitte. Ey, wait for me. Ich bin ganz allein. Äh... Wir nützen uns jetzt, würde ich sagen, beim Zorn ein und rüsten uns dann aus. Ja, genau. Ja, klar, wenn die Kisten gleich aufgefüllt werden... Ja, deswegen wollen wir da hin. Dann hoff... Boah, Alter, richtig gut gesprungen. Leider nur den letzten Sprung ins Wasser gesetzt. Jungs, seid ihr hinter mir? Ich hab' keine Bock. Ja, Moment. Bleib erst einmal noch stehen. Da ist einer. Ja, bleib erst einmal noch stehen. Ja, bleib erst einmal noch stehen. Komm, komm. Jetzt sagen... Ähm... Ja, okay, dann gehen wir drauf. Wo ist denn der? Ja, hier. Kommt zum Span. Ah, ja, da. Okay. Ne, ich hab' ihn gar nicht gesehen. Ah, doch, zwei. Das sind zwei. Wartet. Stopp, Flo, was machst du? Okay, auch drauf. Auch drauf. Ja, ich komm. Hilfe! Hilfe, ich bin tot! Ich renn, ich renn. Wo ist der? Wo ist der? Ach, da. Mach den, Tobi, mach den! Ja! Hab' ihr beide? Ja, ich bin so gut wie tot. Tobi, hier. Wo bist du, Tobi? Tobi, hier! Nein, ich hab' Halt trinke. So. Ich hab' ein DIA! Tobi, ich hab' einen DIA! Nein, gib' mir! Dann krieg' den Erfolg! Dann krieg' den Erfolg! Gib' mir! Ja, stimmt. Ich hab' den ja. Sorry. Ich hab' ein Eisenschwert verzaubert. Ja, die Kisten sind wieder aufgefüllt. Ey, wo ist ein Stecker? Ich brauch' Stecker! Ich brauch' Stecker! Ich brauch' Stecker! Ich hab' noch'n Eisen! Stecker! Ja, ich hab' ich brauche, ich flog' mir einen Eisen! Ich hab' Stecker! Stecker! Stecker hab' ich einen! Okay, bestütz' mich, Flo! Wo ist der Stock? Ich hab' Tobi gegeben! Ich hab' ein Eisenschwert! Ich brauch' einen Stock! Danke! So, ich hab' Kettenstiefel! Ich hab' 5 XP! Ich kann sogar... Ich kann dir auch ein Eisenschwert machen! Okay, alles cool! Tobi, werf' mal die Dinger hin! Flo! Hier hab' ich! Die XP-Dinger! Äh, nee, ich mach' dir! Ich hab' verzaubertes Eisenschwert, also! Ach ja! Dann verzaubert ihr eure Eisenschwerter! Verzaubert ihr eure Eisenschwerter! Ich hab' eins schon mit... Oh nein! Sag mir das auch! Tobi, hast... Nee, ist aber nur Haltbarkeit! Das Eisenschwert, Flo! Ach so! Oh! Ich verzauber mein Eisenschwert, ne? Du hast Kettenstiefel, Flo, ne? Ah, ich hab'... Okay, Flo, gib mir schnell eins! Wir können gleich tauschen! Ich geb' dir nochmal zwei Levels! Okay, ja, ich hab' zwei Levels! Ich hab' auch nochmal hier... Vielleicht komm' bitte ein Level, bitte, bitte! Oh, ich hab' ein Eisenschwert! Ja! Ich bin fully Iron! Come on, come on, come on! Gib mir, gib mir! Ich hab' ein Eisenschwert! 4 EP-Flashen! Flo, werf' mir die mal zu! Ich verzauber! Ich hab' noch mehr Eisenschwert! Ja, die hat Schwert mit Schärfe 1! Ja, ich mach' mir nochmal einen Eisenschwert! Tom, Tom, Tom! Ey, Tom, beschütz uns! Hier sind auch viele! Achtung, da sind welche! Da ist einer! Da ist einer! Wartet, wartet, wartet! Flo, hast du deinen Bogen... Oh, hast du... Hast du dein Schwert verzaubert? Danke! Ich hab' dir auch noch einen Eisenschwert mit Schärfe! Ja, dann mach dir doch ein neues! Wir waren doch noch Eisenschwert drin, oder? Da, Eisen! Äh, XP rein! Ich hab' zwei! Ich brauch' nur einen Stock! Ja, dann gib mir das! Ich mach' dir einen! Ich verzauber's dir! Ich verzauber's dir! Komm! Wow! Ich hab' noch ne Eisenbrust! Ey, beschütz mich! Beschütz mich! Okay! Ja, ich verzauber mein Bogen! Ne, warte! Wer hat schon ein bisschen von nem Level? Noch mal drei XP Flaschen! Ich hab' schon ein bisschen was vom Level! Ich hab' schon wieder mit Rückstoß! Aber ich hab' die Hälfte vom Level voll! Ja, jetzt hab' ich wieder eins! Hier! Äh, kannst du nen Bogen verzaubern für mich? Oh! Ja, klar! Stärke! Ja, Rückstoß! Wo bist du? Ja! Äh, Tom, Tom, hier! Ich brauch' noch eins mit Schärfe am besten! Ja, gut! Äh, wenn wir noch Eisen haben... Eisenschwert! Wenn wir noch Eisen haben, kann ich dir noch... Ich... Ne, Diahax verzaubern kann ich nicht! Ey, lass dich mal die ganze Eisenrüstung und so rausnehmen! Und verbrennen! So, haben wir noch Eisen irgendwo? Dann würd' ich dir noch eins verzaubern! Alle Eisenrüstung hier rausnehmen! Alles Gute! Steinschwert ist auch gut! Komm! Das rausnehmen! Diahax rausnehmen! Hier, äh, Gold... Ne, Goldrüstung, aber Steinschwert! Goldrüstung kann drinnen bleiben! Steinschwert! Steinschwert! Und Feuer! Wir brauchen nen Feuer! Hier, ich mach' ein... Lagerfeuer! So! Ich werd' da fast reingerannt, alter! Äh, Torden, du bewacht! Achso, ja, mach' ich! Haltbarkeit und Rüstung! Dum-dum-dum-dum! Äh, habt ihr alle voll Eisen? Moment! Moment! Moment, Moment, Moment! Ich bin sofort wieder da beschützt! Flo? Hä? Achso, Schuhe brauch' ich! Schuhe hab' ich nicht! Okay, hier ist noch Eisenhose und Eisendings! Hier ist nochmal Eisen... Schuhe wär'n schon ne praktische Sache! Also ich hab' sauviel Essen! Äh, habt ihr alle Eisensachen hier verbrannt? Ich brauch' noch Schuhe! Ja, Torden brauch noch Schuhe! Ach, ich hab so viele verbrannt gerade, Torben. Eisenschuhe, meine ich. Ja, natürlich. Ich dachte, wir wären alle voll Eis. Nee, wir sind Kettenschuhe noch drin. Ja, Kettenschuhe hab ich. Braucht ihr Essen? Ich hab richtig viel. Ich hab alles rausgenommen. Oh, es gibt noch ein Dreierteam. Ah, nee, der tötet eins und hat dann mit fünf Herzen noch eins gewonnen. Hat er eh nicht. Hat er auch nicht. Ein Dreierteam kann man schwer überleben. Braucht jemand Essen? Nee, ich hab. So wie du auch? Nö, aber lass hier alles Gute rausnehmen einfach. Tobi, brauchst du Essen? Nein. Gut. Äh, ich hab nur drei Pfeile. Ja, dann. Ich hab 61. Ja, dann gib mir welche. Ja, Hilfe, 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 Hilfe. Hilf mir. Alter. Der kommt. Ich komme. Ich helf dir. Alter. Warte, geh weg. Ich hab leider einen Drückstoß gehört. Geh weg. Einer hat er reinbekommen. Oh, jetzt ist er. Alter, ich bin so gut wie tot. Ja, dann geh da weg. Ja, dann hau ab. Ich muss Goldapfel fressen. Ja, tu das. Ich töte den jetzt. Ich auch. Ich treff den nicht. What the fuck? Oh, ich mit meinem scheiß Rückstoß. Scheiß drauf. Jetzt ist er der Engel. Flo, renn mir nicht mal rein. Ich bin hier nicht rein. Äh, könnt ihr, geht schnell ins Wasser. Geht schnell ins Wasser. Ich bin... Oh, ich hab aufgehört. Mann. Kuchen, ich hab Kuchen. Äh, ich hab Eisenschuhe, Tauben. So, ja, gut. Ich hab sie mit XP-Flaschen. Ich kann nochmal irgendwas verzaubern. Äh, nein. Der hatte doch bestätig. Ich hab Eisenschwert für Flo. Ich hab verzaubert das. Ja. Toll, hier war ein Spectator. Ich hab kein Level bekommen. Tobi, ernsthaft? Ja. Durch 7 XP-Flaschen. Das ist nicht fair, oder? Ja, okay. Unser Team ist auch nicht fair. Ey, Tobi, gibst du mir jetzt mal Pfeile? Wer will denn TNT? Ne, ich nicht. Ja, ich hab 5. Bitteschön. Ey, ich muss mal verbrennen jetzt hier irgendwo. Tom, hier TNT. Ja, wunderschön. So kann man auch verbrennen. Hier ist noch ein Steinschwert drin. Wir wollten noch alles vernichten. Ja, wir bleiben hier. Wie viele leben noch? Noch drei Arten. Noch ein paar, wenn wir uns jetzt auf Spielersuche gehen. Lol. Das ist wirklich crazy. Hier ist noch Kettenrüstung. Moment, habt ihr noch ein Lagerfeuer? Ja, ein schönes Lagerfeuer auf einer Blume. Hier, ich setz mal einen Kuchen. Ey, Leute, ihr werft alles da drunter. Was ist denn? Mann, jetzt hast du so ein schöner Lagerfeuer kaputt gemacht. Ach, ich kann die Blume nicht zerstören. Ja, ach, nee. Au, ich hab mich angebunden. Mann, schlug jetzt, lass doch mal ein Feuer an. Wir brauchen ein bisschen, ich hab elf Radare. Ja, damit kann ich gut was anfangen. Alter, wollt ihr mich verarschen? Alter. So, seid ihr voll regeneriert? Alter, wie wir noch alle hier Absorption haben. Ja, aber ich hab kein Herz mehr, weil ich gerade voll drauf gegangen bin. Ich auch nicht. Äh, ja, ich war auf drei Leben, weil ich denen die ganze Zeit hinterher gelaufen bin. Ich aber auch. Leute, hier oben sind ja auch Kisten. What the fuck? Die haben wir gar nicht gesehen. Na klar. Ja, natürlich, die sind alle weggezogen worden. Ich shoote die immer. Hast du die noch nie gesehen? Ne, hab ich noch nie gesehen. Ich hab, ich hab, ich hab, ich sag doch vor jeder Runde. Also, ich hab ein halbes Level, ne? Wenn irgendjemand was hat, was mir ein Level gibt, dann würde ich nur noch ein Eisenschwert verzaubern. Alle, nicht im Caps schreiben, alle zum Spawn. Hat irgendjemand was mit einem Level? Nein. Ja, ein bisschen Level. Na, ich brauch eine Dingsflasche. Ich hab ein halbes, ein dreiviertel Level sogar. Oh. Ey, wir können doch mal hier den Kisten wieder nachgucken. Ja. Ich hab vier XP Flaschen. Ja, dann werf die mir mal zu. Ich verzauber Flores. Oh, wahrscheinlich bei meinem Glück krieg ich wieder ein Rückstoßschwert. Nein, diesmal, diesmal, ich verzauber. Eine Mäßes der Gliederfüße. Ähm, ich brauch noch ein Eisenschwert. Ich kann dir noch eins verzaubern, wenn ich eins finde. Aber hier, nein, Flo, nimm schon mal eine Mäßes der Gliederfüße. Es ist besser als Rückstoß. Ja, wollte ich gerade sagen. Hier. Bitteschön. Alter. Was soll ich mit einer Eisenachst? Kann man nicht mehr richtig verzaubern? Schreib mal nein, aber wir machen trotzdem eins. Mal schauen. Oh, 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 weil wir bad Leute sind. Ey, okay, 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 okay. Okay, 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 okay. What are you gonna do when they come for you? Ey, okay, are you gonna do when they come for you? Nein. Ne, machen wir nicht. Also, wir machen mit dem Team. Äh. Oh, ich hab noch 50. Recht fair. Okay. Oh, Gott, alter. Alter, wir enttäuschen den gerade voll gleich. Lass dich töten. Und? Oh Gott, hier ist ja eine Falle. Das war knapp, Flo. Nein, ich wollte da so schön... Warte, guck mal. Ey, lass mal hier so eine Fälle bauen, Alter. Und dann kommen die und wollen sich die Eisensachen schnappen. Ja, genau. Pass auf, wir machen das so. Ja, drum auch noch. So, komm, wir gehen jetzt auf Spielerjagd. Ja, okay, komm. Ich hab meine Radare alle kaputt gemacht, ne? Och Gott, ich hab aber noch... Wartet einen Moment. Ach, Radare bringen doch eh nix. Ja, stimmt. That's absolutely right. Alter, wie ich sau viel esse. Danke. Bitte. Ja, so. So, weiter geht's. Ja, wir müssen jetzt Leute killen. Mal gleich kurz was erledigen. Weil im Deathmatch sollen wir sonst kein Team machen. Und das machen wir trotzdem, aber... Ja, die sollen einfach mal zum Spawn kommen. Wo ist das Problem? Die wollen sich nicht töten lassen. Warte, du hast nur ein geil ausgerüstetes Dreier-Team, ey. Wir sind nicht geil ausgerüstet. Wir haben alle kein verzaubertes Tier, ich werde nur Tor. Doch, ich. Und, aber ich hab keine Full-Iron. Oh, endlich. Iron. Hä, doch. Bist du doch. Nein, hab ich... Doch, hab ich noch. Doch, klar. Ja, hab ich, stimmt. Hihi, da kann ich ja Flo töten. Oh, ich hab noch einen Eisenbrustpanzer. Ich hab sogar ein verzaubertes Bogen. Oh, es dauert nur zwei Minuten, dann ist es endlich... Scheiße, Moment. Schnell zum Spawn. Warum? Ich kann mir doch meine Brust noch verzaubern. Ähm, verzauberflos Eisen. Äh, nein, hab ich ja. Äh, das reicht nicht aus. Komm, wir gehen... Wir folgen, Tom, Junge, wenn da jetzt noch einer ist. Oh, komm hoch. Bitte, 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 komm hoch. Bitte, komm hoch, danke. Ähm... Oh, komm, ich schaff das. Come on, come on, come on, come on, come on, come on. Äh, ob du das schaffst, pass auf, dass du nicht in die Falle rennst. Und jetzt fall ich da rein. Ich bin da. Äh, das wär kackegal, weil der Torben nicht sterben würde. Das Def-Match beginnt zu schnell. Und ich hab nochmal... Schutz 1. Schutz 1, 2. Okay, gut. Alter, Torben... ...wir natürlich bloß oben entcharnten können oder so, ne? Hab ich. Alter, wie Torben jetzt ausgerissen. Los, ja, das stimmt. Ich würd sagen, wir gehen alle zum Torben. Oder so. Ich würd sagen, wir ziehen die jetzt einfach richtig eiskohlen. Okay, das wird sechster Def-Match. Oh Gott. Torben, Torben. Darf ich Tobi helfen, Tobi helfen? Hab ihn. Gut, ich snack mir die beiden hier. Leute. Nicht mich. Sorry. Lass mich das machen. IAN! Ha! Gott, ab will. Oh, ich hab Diamanten. Kein Team gemacht. Das sah nur so aus. Und wir töten uns jetzt auch nicht. Nein, äh, wir töten uns jetzt gerade auch nicht. Ich hab, äh, lass, äh, normale Eisenrüstung nehmen mit Eisenschwert. Äh, aber wir haben, ich hab keins mit Schärfe und Torben rennen ins Feuer. Mit normalem Eisenschwert. Ich hab aber keins mit Schärfe. Ich hab kein. Ich hab auch, ich hab eins. Ich hab auch 200 hier. Für dich, für mich. Alter, warum sagst du, dass die Chancen... Stopp, dürfen wir kurz das Schwert und diesen schönen Bogen wegsprengen, komm. Hier, wir tun eine Sammelstelle für alle unsere schönen Sachen. Ja, warte, erstmal hat Torben, zieh dir eine vernünftige Brustplatte an. Ey, brauchen wir eine Brustplatte hinter dir. Ey, ohne Bogen auch, ne? Ja. Gut. Ja? Ja, ohne Bogen. Okay. Und mit normalem Eisenschwert. Nein, ich hab mein Schwert weggeworfen. Nur mit normalem Eisenschwert, Torben, auch ohne... Ey, nein, stopp, ich will die schönen Sachen gesondert wegtun. Moment. Feuerzeug weg, bla bla. Nein, ich hab meinen schönen Bogen weggeworfen. Und Direktheilung auch weg und Spinnenweben weg. Ach, auch keinen goldenen Apfel, ne? Ne. Torben? Ja. Hier ist das... Alter! Jetzt sind sie weg. Aber das Diaschwert hat überlebt. Aua! Wow, wow, Torben, hau mir damit ab. Bist du lang. Ich hab nicht mehr viele Leben. Alter, Torben. So, okay, komm, wir müssen uns beeilen. Ach so, Torben, schlag mich einmal. Torben, du hast vorher Zeit nicht. Ah, ich hab mich angebrandt. Schlag mich. Mit dem Eisenschwert, wie Idiot. Danke. Jetzt ist auch mein Goldapfel weg. Torben ist deiner weg? Ja, klar, ich hab den... Torben macht er ja weg. Ja, ich hab noch Absatz... Ach, ne, jetzt verschwindet's gut. Alter, Torben, du bist ein Idiot. So, alle in eine Ecke, Junge. Das ist ein... Es ist gleich zu Ende. Mann, und jetzt beeilt euch. Vielleicht muss ich noch regenerieren, weil ich in Torbens scheiß Feuer gelaufen bin. Ja, ist doch nicht meine Schuld. Doch, du hättest es nicht... Ja, ich würd sagen, wir kämpfen jetzt einfach und Flo hat Pech. Moment, ich muss noch... Ja, komm, wir müssen uns beeilen. Ja, warte, ich hab... Ja, sonst geht's halt unentschieden aus. Wir sind heute da. Nein, wir müssen noch was machen. Ach so. Flo, bist du langsam fertig? Noch anderthalb. Hätte Torben sein scheiß Feuer nicht getrennt. Ach, jetzt bin ich wieder schuld, ne? Ja, du bist schuld. Noch ein halbes. Oh, drei. Nein, noch ein halbes. Und bei Go wird es losgerannt. Drei, zwei, eins, ho! Guck mal. Schleu, du machst immer denselben Fehler. Bleib stehen. Nein! Oh Gott! Wo? Boah, ihr seid solche Wichser. Guck mal, wie beide schon wieder mich in die Zange nehmen. Alter, ohne Spaß. Ihr seid solche Hurensöhne. Lade. Okay. Ihr seid solche Hurensöhne. Ihr seid solche Motherfucker. Boah, Flo, du bist so ein schlechterer. Hör, warum? Will du nicht einfach Torben zu Ende killst? Wo ist der Problem? Warum darf ich dich nicht killen? Du bist die größte. Ja! Ja, na und? So, wir müssen eben weg. Tschüss. Tschüss. Ciao, Leute. Bis zum nächsten Mal. Wir werden das Video mit einer positiven Bewertung, wenn ihr denkt, dass ich der Beste bin. Also, ihr müsst es mit einer positiven Bewertung. Ciao.